Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, ist es ein bisschen kräftig? Wino, hab das Pfötchen. Wino, hab das Pfötchen. Wino, Wino, gib Pfötchen. Unser Wino war beim Hundecoiffeur. Er ist ein ganz schöner Mann geworden. Ja, ganz schön. Ja, ganz ein schöner Wino. Ein schöner Pfötchen. Ein schöner Pfötchen. So, Fitnesstraining gehabt. Rundballe gestreut. Und Maisballe in die Raufe rein. Auf dem Land für die Mutterkühe. Ja, gut. Ja, 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 die Kuhle. 12 Uhr gewesen. Sofort Mittagessen. Das ist halt nachher mein Samen rein. Wenn man da Mist rumläuft. Ja, das lässt sich halt nicht vermeiden. Das da Dreck in den Traktor kommt. Und für das schaue ich, dass ich da immer mit dem Samen rumfahre. Nicht mit dem Bett. Ich mache da nicht so viel Mist. So viel Mist im Bett. Hey, Essen, Essen. Essen, Essen. Ja. Ja. Es ist 10 nach 12. Ja, da der Rest von Kürbis. Es geht leider in den Mistzettel rein. Heute Nachmittag. Die Kürbis lassen sich nicht mehr verkaufen. Und am Nachmittag kippen wir den Mistzettel und dann wieder raus aufs Kürbisfeld. In einem ganzen Tag durch das Schraumb Fl Sebastian wollen. Jeden her. Neamo Krister. Da geht's jetzt kurz weiter. Ganz kurz ruhig. Da geht's겠다. Da geht's mal mehr Allow. Dahtalest jails. Da geht's mal mehr Los Angelesains. Da geht's mal lieber also. Ja, das heißt dazu. Da geht's mal rein. Da geht's mal jetzt vor Ber�트. Da geht's mal mehr einschariahзя. So, jetzt endlich werden da die schmalen Pflegeräder abmontiert und da durch die Breiten ersetzt. Dann bin ich auch zertifiziert für Waldarbeiten. So, der Traktor sieht wieder anzuschauen. So, der Partner eigentlich besser mit dem Breiten schlarten. So, der Traktor sieht wieder anzuschauen. So, der Traktor sieht wieder anzuschauen. So, der Traktor sieht wieder anzuschauen.